Ach, ich kann nur mit dir ein Kombi. Ah. Oh ne, doch ne. Okay. Oh. Oh. Das hat super geklappt. Nichts. Da bist du ja. Aha. Ah. Ey. Das ist wirklich so. Können wir irgendwas sprengen? Oh, macht keiner rein? Hahaha. Oh, was haben wir denn hier denn? Zielübungen. Ich glaube, das ist dein Schießstand. Probieren wir's auch. Jo. Oh. 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 Tatsächlich im Schießstand. Wow. Wau. Wow. Und jetzt, ein Bespen herzlich willkommen. Ja. Das schauen wir mal, wie das dann funktioniert in der Praxis. Mhm. Das war wahrscheinlich nicht. Wau, wau, wau. 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 Oh. Oh, das hat ja super funktioniert. Nicht schießen, bitte. Nein, nein. Pilz. Okay, das hat uns jetzt was gebracht hier. Achso, warte mal. Ah, und ich muss auch. Guck mal, dann darf ich dich aber nicht treffen. Achso, ich bin nachher, okay. Okay, ja. Kann es sein, dass wir das jetzt, ach jetzt müssen wir das zählen. Ah. Das macht natürlich Sinn. Hui. Bist du drauf? Ja. Hui. Oh mein Ohr juckt. Ah. Dann kratze es. Warum kann ich es nicht? Ah nein. Ciao. Ich habe auf dein Bildschirm geguckt. Ja, das ist mir letztes Mal auch ein paar Mal passiert. Ja wunderbar, ja. Oh. Ciao. Ciao. Ah, hat tatsächlich funktioniert. Ja, gut. Mhm. Und eins. Und zwei. Was soll das denn sein? Honig? Ja, habe ich auch vorhin schon gefragt. Was? Was ist das? Oh Gott. Ganz schön dünn. Ja. Achso. Das ist was sie sagte. Das ist was sie sagte. Das ist was sie sagte. Ja, aber es geht ja alles noch. Ja. Bin mal gespannt, wenn die Westen kommen. Das ist schlimm nachher. Ja, machen Stress. Die fliegen. Scheiße fliegen. Dann habe ich gar Stress. Ich habe nicht gerne Stress. Ah, unser Seil haben wir noch. Okay. Huch. Nein, das wollte ich gar nicht. Aber wohin? Da musst du da irgendwas schießen. Ja. Glauben wir mir auch. Oh. Falsch. Falsche Sätze. Ah, okay. Warte mal. Ah, ich komme da gar nicht hin, oder was? Hä? Hast du was gesehen? Nee, okay. Oder muss man da... Oder die Dose hier? Stimmt. Nein. Nein. Das Harz klebt nicht. Sieht so aus, als wäre Eichhörnchen-Technologie nicht idiotensicher. Das stimmt wohl. Nee. Hm. Ach so, ach so. Ja, du musst dich dranhängen und ich schieße es dann ab. Dann geht das wieder so. Ah, ja, stimmt. Ah, das macht natürlich Sinn. Ja. Ach so, jetzt muss ich. Ja. So. Und jetzt kannst du das da rein und dann geht das bestimmt runter. Oder? Oder so. Oder so. Jetzt kommen wir hier durch, ne? Jo. Hm. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Aha. Ehh. 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 Eh. Ah. Ehh. 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 hier ist glaube ich nichts was geht denn hier ab hier gibt es irgendwas aber anscheinend nicht die frage ist natürlich jetzt wir müssen hier oben lang über die drehdinger da ja und einer gefällt dann wahrscheinlich hier am ende hoch mal ausprobieren wer muss oder ist das hier dieses ach so ja warte da muss ich jetzt wieder mein ding ach so ne da musst du dann da hoch da drauf auf das ding weil ich muss das ja jetzt hier dran machen so ach so ach so so jetzt aber nein warte ich muss erst mal drauf springen so erst mal schnell rennen jetzt hier so ich bin drauf da war ich zu schnell na ja passiert schon mal ich auch einfach unendlich davon habe ich ja auch und ich schieße raketen ich will aber wissen drücken drücken was ist jetzt los was passiert jetzt kann ich jetzt klöpfe drücken ich kann da nicht Hä? Ich will eine Haselnuss. Huiiii! Okay, ich befreie dich. Okay. Ah, sehr schön. Das war nicht sonderlich witzig. Du siehst aber gut aus. Ich fand's witzig. Ah, wie ich sehe, habt ihr unsere Nüssebahn- und Saunamaschine entdeckt. Zum Patent angemeldet. Natürlich. Wir haben noch nicht alles. Oh, schweiß ich ausgemeldet. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Toma! Dieser Deckel sieht nicht sehr fest aus. Ah, ich verstehe. Moment mal, das sind interessante Berechnungen. Nee, ich muss erstmal alle. Ah, aber alle. Oh, warte mal, ich habe nicht genug Power. So, ich hoffe das reicht. Wow! Das war wohl etwas eingeschmeldet. Ja, etwas Großes. Was auch immer es war, jetzt ist es weg. Oh Gott, das war Königin oder so? Ne, bestimmt dieser Anzug von diesem Agent oder was. Ich will nachher eh wieder einen Bossfight geben. Ja, gegen einer ekligen Wespe. Ne. Achso, okay, sorry. Das hier ist bereit! Achso, ne, okay, ich verstehe. Scheiße! Das schaffen wir nicht. Ne, ne, ich muss nur auf einen. Achso, den hinteren löschen oder was? Ja, genau. Damit er erstmal hierhin kommt. Komme zu Papa. Da. So. Und jetzt ihn hier. Weg. Ja. No. Ich glaube, wir müssen eh genau. Ja. Eine Schüsper, die ist lustig. Hallo! Weg damit! Oh oh. Oh 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 oh. Scheiße! Ah! Ah! Da, schießt's auf, schießt's auf! Ah, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Hinter dir. Guck mal, wir hatten nachher zu stehen. Ach du Scheiße, ach, da sind ja noch mehr! Da ist noch eine. Wow! So, da ist noch eine dritte. War's das? Ja. War ja easy. Das war ja gar nicht so schlimm. Nee. Das war aber nur die Vorhut. Warum haben die so kleine, warum haben die so kleine Sperre? Die haben Schnackel. Die haben sie ja eben nicht, deswegen haben sie ja... Ja, auch die Speer. Musst du mal darauf achten. Ich habe wieder einen Stachel. Naja. Ja, in echt. Sieht das hier echt aus für dich? Ja, also so stelle ich mir den Westenbau vor. Aber warum deck das denn jetzt gerade? Oh Gott. Warte mal, ich muss mal kurz hier. Irgendwas ist hier gandulisch. Oh ja, bei dir ist wirklich irgendwas gandulisch. Hm. Warte mal, ich guck mal eben. Kann ich eben noch hier äh... Technische Schwierigkeiten immer wieder. Hm. Kennt man ja nicht anders von uns. Äh, nein. Äh, machen wir das mal aus. So. Jetzt aber. Oh. Aua. Soja. Bewegt. Oh, sorry. Äh, was muss man jetzt machen? Weißt du, was hier ist? Ne, das ist ja, darüber spricht sie ja mit uns. Hm. Ah. Das sieht aus, als müsstest... Ah, und ich zünd das dann bestimmt. Ja. Zünden, wenn einer drauf ist? Ich geh mal davon aus. Das schießt dich bestimmt hoch. Wow. Oh Gott, wie schön. Soooo. Hey, May. Ich glaub hier ist eine Brücke. Lass uns nicht mal laufen. Ah, ja warte. Versteh ich schon. So, versuch mal. Jo. Wow. Wow. Ah, das musst du machen. Was? Wieso? Achso, da bist du schon. Schau dir durch da. Weg hier, weg hier. Hui. Hä? Was ist das denn? Eine Rasse? Tau ziehen. Oh, wieder Minigame. Oh Gott. Also verkacke ich jetzt gleich wieder. Hui, huu, huu. Okay. Gedrückt halten? Nein. Ciao. Scheiße. Tschau, Schlampe. Na, Spaß. Ich will nochmal. Ja, okay. Nächstes Revanche hier. Okay. Bitch. Hallo, ich freue mich drauf. Jetzt aber. Was hast du denn am Anfang immer? Ist das bei dir auch? Nee, ne? Mhm. Das war nicht auch. Ja. Okay, aber. Ja, bei mir hat das jetzt geschliert, deswegen war das bei dir schon. Ja, ich hab geschummelt. Ey. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ich bin barfuß. Schuhe geben dir besseren Halt. Warte mal. Ich mach mal kurz eben. Warte mal.